Geheimnis Grab gab. Wahrscheinlich die Zeichen hier. Ich wollte die mal noch mal nicht. Ich war hier schon mal drin, weiß ich ja, aber ich hab hier nichts gefunden. Ach ja, jetzt ran ich ja hier hoch. Stimmt's. Cool. Ah, na dann. Hier waren wir noch nicht. Super Begrüßung. Okay, na dann. Bitte keine Wölfe. Alter, jetzt ist es aber... Hier ist es dunkel. Scheiße. Krass. Guckt in der Wind her. Wie sinnlos ist das denn hier? Mit dem Wind. Na ja. Was ist der Hülle da draußen? Oder ist es der Rehn, der von draußen immer noch hier so reinrehn? Na, na ja. Voll geil, ey. Schöne Hülle-Erkundung hier. Moment. Jetzt sieht man ein bisschen mehr. Aha, okay. Voll cool. Wieso rennt jetzt Lever? Was war das denn? Wie ist jetzt die Fackel plötzlich ausgegangen? Wird jetzt eine falsche Taste gedrückt? Ja, war. Ups. Ich will nochmal laufen. So. Das ist ein Lagerplatz. Das werden wir mal aktivieren. Lever hat gerade nichts zu sagen. Okay, dann werden wir wieder gehen. Und die Fackel ist wieder weg. Achso, kann ich ja jetzt hier nicht nachladen. Also, holen die Fackel. So, aber wo ist denn jetzt das geheime Grab? Das ist ein Grab. Na ja, super. Grab des Unwürdigen. Verbeudete Figuren. Gina der Sonnenklingen. Na, diese Kokons kennen wir doch. Sollte ich die mal runterholen? Moment, ich sehe mich mal kurz um. Für irgendwas. Ist aber auch geil. Na? Das Seil. Was ist denn das da? Die Wand. Achso, hochklettern. Okay. So, ich verstehe, das ist jetzt noch nicht ganz so. Ach, jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Deshalb. Doch, da kommen wir hoch. Mach den mal ab. Oder so. Ich glaube, passiert jetzt gar nichts. Hm. Okay, hier unten ist auch nichts. Weiter. Hm, komisch. So. Wie muss das ja... Das hier, der Käfig muss auf jeden Fall noch weiter hoch, weil sonst kommen wir da nicht ran. Genau. Ja, aber wie kriegen wir das jetzt noch weiter hoch? Dann müsste das ja... Der Käfig noch weiter runter. Ach. Moment. Ich bin Pfeif vielleicht irgendwie. Kaputt kriegen oder so. Geht nicht. Wird der Fackel irgendwie abbrennen? Ja. Wo kriegen wir eine Fackel her? In den Kerzen geht das nicht? Äh. Da hinten. So, dann. So. Anbringen. Wow. ein paar schöne kiste aber auch kisten drin ich will runter ich will runter so bei nur so was wertvolles drin so dann hier das kann man jetzt unterschieben war genau und dann geht das noch weiter hoch so ich hoffe dass ich jetzt da umgekommen ja kurz im mensch das hallo ich komme doch nicht hin was ist das für Müll muss ich schon in die Ecke springen oder wie was ist denn das für eine Kacke ich komme nicht mehr raus hä, hallo hä, alter ich muss doch da ran springen jetzt wieso geht denn das nicht ich häng hier Alter, ganz kacke und jetzt okay jetzt habe ich mal irgendwas gedrückt hier hä, hier komme ich auch gar nicht hoch komme ich nicht hoch Alter, wie was ist denn das für eine Scheiße was ist denn das für eine Scheiße wie bescheuert was ist denn das für eine Scheiße jetzt habe ich das mal noch weiter und da gemacht jetzt er kommt wahrscheinlich gar nicht mehr ran weil es zu hoch ist jetzt habe ich das Rätsel kaputt gemacht wie bescheuert Alter Alter was soll das denn bitte aber wieso komme ich denn da nicht mehr raus Moment kann ich jetzt das Seil hochklettern nein kann ich auch nicht jetzt bin ich hier im Käfig und hab mich eingefahren oh man wie assi ist das denn ich glaub ich dachte ich spiel schon nochmal neu am besten so ich bin dann neu geladen nochmal die selbe Scheiße hier los bam bam Alter wie kann ich jetzt da nicht rüber springen wenn ich am Käfig bin ey ich mach jetzt mal nur eins oder nur mach sie mal zwei kaputt Moment bleib mal bei eins na zwei ich glaub mal das hilft auch nicht ich muss alle machen jetzt muss ich das weiter runter mal schieben Alter wie kacke alter so als wie das klappt nicht ey ah genau Drecksloch ey so jetzt geht's aber weiter hier Entschuldigung für den Fehler aber dafür kann ich ja nicht so ist ne schöne Wand hier das könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein unglaublich krass soll ich das öffnen ja grab durchsucht grab der unwürdigen gemeistert jetzt haben wir nur zu Wertsachen von den Goldplatten irgendwie so mitgenommen oder wie war das jetzt Moment ich soll mal K drücken was da war was gerade auf der Karte Moment herauszoomen hier oben ach nee das ist ja nur oh wie schon in welchem Gebiet wir waren jetzt sehe ich hier übrigens ah gut diese Gräber werden ja auch gar nicht angezeigt ähm heranzoomen wieder wo diese ganzen Dinger sind da wo es wo ein Schloss ist da kommen wir wahrscheinlich noch gar nicht hin ah das ist sehr gut das heißt das hier kann ich mir holen irgendwie wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade da oben gut naja dann ist das ja cool hat sich ja gelohnt so dann gehen wir auch mal weiter und ich werde wieder hier cut an der Stelle aber gucken wo ich als nächstes stehe bis dann dann красk in hier 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 Vielen Dank.